Herzlich Willkommen beim nettesten Meinungsblogger der Welt und auch herzlich Willkommen zu der täglichen Dosis Trashy. Gibt es täglich neue Videos zu Trashyken-Themen und diesmal geht es nochmal um Laura Müller und auch Michael Wendler. Ich habe jetzt ein erstes kleines Video gesehen, was sehr privat ist und die Abzahl mitbekommen, was abging. Die beiden zeigen sich jetzt ganz offenherzig anscheinend und machen den Jotter und ihr könnt ja mal unten reinschreiben, ob ihr euch das dort gegönnt habt oder nicht. Ich habe ja berichtet, sie machen jetzt auch Onlyfans und sind dort unterwegs und die Preise haben es durchaus in sich. Also das günstigste Paket kostet 34,99 Dollar, also es hat sich gerade ein Schnäppchen und dort soll man dann ganz private Einblicke bekommen. Bis dato habe ich auf Reddit natürlich mal so ein bisschen geguckt und habe eine Sache gesehen, wo ich gesagt habe, okay, so in die Richtung könnte es gehen. Da klappt er hier nochmal auf dem Po, da liegt es am Pool, vielleicht haben es einige von euch gesehen. Und das erste Türchen warte ich jetzt ab, also ich nehme das jetzt hier gerade wirklich am 1.12. auf. Ich habe bis dato jetzt noch nicht die erste Tür gesehen. Vielleicht, ihr könnt mir das auch immer gerne zuschicken, wenn ihr einen Account habt, aus Recherchegründen. Und ansonsten bin ich natürlich da auch dran, darüber zu berichten. Jetzt stelle ich mich aber hier hin und frage euch, funktioniert deren Plan? Auch RTR hat sich das gefragt und ich zitiere mal aus Promis und mehr, den ganzen Artikel verlinke ich euch, ob das Ganze bis dato so richtig funktioniert. Denn die Nachfrage könnte, denke ich, deutlich höher sein. Und man muss sich die Frage stellen, geht das jetzt vielleicht sogar in die Hose? Will vielleicht Laura Müller und der Wendler niemand sehen? Also ich glaube, Laura Müller könnte doch durchaus interessant sein. Wie gesagt, die Ausgabe von Playboy war die erfolgreichste in den letzten zehn Jahren. Da gibt der ja auch immer mit an. Und sie ist jetzt keine unattraktive Frau. Und wie gesagt, ich kann mir auch vorstellen, dass das durchaus vielleicht noch ganz interessante Sachen geben könnte. Weil, ich glaube, wenn sie sich in Playboy gezeigt hat, und man hat sie ja schon nackt gesehen, könnte ich mir auch vorstellen, dass es so in diese Richtung gehen wird. Ich glaube nicht, dass es so einen richtigen Heimatfilm mit den beiden geben wird. Ich glaube, so weit gehen die jetzt nicht. Aber mal sehen, vielleicht steigert sich das ja während des Advents. Und wir kriegen diesmal einen ganz anderen Adventskalender zu sehen als bis dato und im letzten Jahr. Durchaus interessant, das Ganze. Ihr könnt unten reinschreiben, wie ihr das so empfunden habt bislang. Und ich sage jetzt auch noch mal ganz klar, wie viele haben es in etwa bis jetzt abonniert. Zumindest, wenn man RTL glauben mag, geht es hier um 430 Leute. Und 430 Leute bis dato, 1.12. Wären, wenn man nur das günstigste Paket dort gebucht hätte, immerhin über 15.000 Dollar. 15.000 Dollar und 45 und dann 70 Cent noch. Also 15.000 und 45 Dollar und 70 Cent, um ganz genau zu sein. Und ihr könnt ja mal unten reinschreiben, ob ihr das jetzt wenig findet. Also ich muss sagen, so schlecht wäre das jetzt nicht. Und das ist jetzt erst der erste Tag. Man muss jetzt natürlich gucken, wie läuft das jetzt weiter. Die können sich durchaus die Taschen voll machen. Wenn die dort regelmäßig abliefern und die Leute da einen Reiz drin finden, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass aus den 15.000 Dollar vielleicht auch noch 150, 250 oder 500.000 Dollar werden. Und das in einem Monat oder einem halben Jahr. Wer verdient denn das heutzutage? Also so schlecht ist es jetzt nicht. Also ich würde jetzt nicht so weit gehen wie RTL in dem Beitrag, dass sie sagen, Mensch, das floppt ja total. Immerhin 430 Leute sind eine ganze Menge. Aber es gibt natürlich auch Dutzende Leute, die werden sich das irgendwie auf Portalen besorgen. Ja, und sich das dann dort reinziehen. Also ich denke, die Nachfrage ist deutlich höher als jetzt die Leute, die sich das dann gönnen. Ja, ich habe ja schon fast überlegt, aus Recherchezwecken jetzt für euch das zu investieren. Aber ich sage, nee, das gönne ich ihm jetzt nicht, dass der jetzt mit mir Geld verdient. Und ich mache da lieber ein paar Videos zu. Und wenn ihr das, wie gesagt, habt, könnt ihr mir das ja gerne zeigen. Ansonsten muss es auch nicht sein. Das erste Video war jetzt auch nicht so spannend. Wie gesagt, dieses Pool-Video habe ich bis dato gesehen. Und ich bin sehr gespannt, wie offenherzig die beiden sich dort präsentieren werden. Und wie weit das jetzt im Grunde genommen geht. Denn wenn man jetzt diese Playboy-Videos auch von ihr kennt, also sie ist ja komplett nackt dort zu sehen. Dann könnte ich mir durchaus vorstellen, dass das dort in so eine Richtung geht. Dass er sie vielleicht in der Dusche filmt oder sie da angrapscht. Also das ging ja schon so ein bisschen in die Richtung. Und man weiß es nicht. Jetzt haben sich auch einige gefragt, da kann ich vielleicht nochmal ein separates Video machen, wenn ihr darauf Bock habt. Was ist mit Laura Müller los? Eigenverantwortung beziehungsweise, klar, kann sie das selbst als Frau entscheiden? Sie ist erwachsen und es gibt genug Leute, die in der Erotik-Branche arbeiten. Und das ist jetzt auch nicht zu verurteilen. Auch wenn man sich ein bisschen offener zeigt, das würde jetzt heutzutage kein Problem sein. Ich habe da überhaupt kein Problem mit. Aber man muss sich natürlich die Frage stellen, wie weit ist Michael Wendler dort am Zuge und sagt, Mensch, wir brauchen Geld. Ich will das Haus hier abbezahlen. Dann, Mausi, nun mach mal was. Wenn es dann in so eine Richtung geht, hätte ich natürlich auch ein Problem damit. Aber das sieht jetzt so, wie sie sich das auch anscheinend da gerade auf Instagram auch damit ja auch offen umgeht. Und auch ein Video, was ich auch bei Reddit gesehen habe, wo sie halt so auf dem Bett saßen und er hat sie dann geküsst und meinte, ja, jetzt geht es ja hier richtig zur Sache, so nach dem Motto. Also ich vermute, da wird nicht viel kommen. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass da genug Leute geködert werden, Schritt für Schritt. Und er das dann wahrscheinlich so sagt, ja, am 24. kommt das dann und am 24. kommt das dann. Und sich das dann so langsam steigert und die Leute dann immer mehr werden. Und das dann anstatt 430 vielleicht irgendwann 10.000 sind. Und dann könnt ihr euch das ja hochrechnen, wie viel die dann vielleicht auch in einem Monat damit verdienen. Und wenn die Leute sogar treu bleiben oder sogar für ein halbes Jahr oder für ein Jahr gebucht haben, dann könnte es natürlich auch durchaus lukrativ werden. Und wie gesagt, manche zahlen ja auch für die Playboy-Ausgabe und haben sich das auch gegönnt. Und warum sollte es jetzt nicht auch Leute geben, die sich dann diesen 3499-Account da im Monat gönnen oder diesen Jahresaccount für mehrere hundert Euro. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass das in so eine Richtung geht. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das dann am Ende auch ein bisschen michi ist. Aber ich vermute, sie ist irgendwie damit eigentlich ganz cool. Weil Playboy hat sie ja auch gemacht, hätte sie glaube ich auch nicht machen müssen. Gerade zu dem Zeitpunkt lief es bei ihr gut genug, auch Instagram-technisch. Sie war ja auch straight auf dem Weg, die Millionen Follower zu bekommen. Das hat ja jetzt eher durch das ganze Schwurbelein auf Telegram dann abgenommen. Und auch durch den Fall, dass Michael Wendler auch auf Instagram nicht mehr vorhanden war. Und die müssen jetzt auch aufpassen, dass sie sich da nicht auf Instagram noch ihren Account verlieren. Denn die sehen das dort nicht so gerne, wenn Werbung gemacht wird für solche Portale. Das ist glaube ich sogar gegen die Richtlinien meines Erachtens. Ich möchte jetzt aber auch nichts Falsches erzählen. Und ihr könnt wie gesagt auch gerne Sachen unten ergänzen, wenn ich was vergessen habe. Und dann sprechen wir da auf jeden Fall noch drüber. Es wird auf jeden Fall eine spannende Dezemberzeit, eine spannende Adventszeit, denke ich mal. Gerade durch diesen Vorfall jetzt. Und ich hätte damit jetzt nicht gerechnet, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber mich überrascht das jetzt auch nicht. Das haben mich auch viele gefragt, ob ich jetzt überrascht bin. Das nochmal zum Ende. Lasst gerne ein Abo da für mehr. Wir sind hier kurz vor den 22.000. Vielleicht haben wir sie auch schon geschafft, weil ich produziere das ja immer ein bisschen vor. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn ihr dazu stößt. Bis bald und ciao, ciao.